Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry Primal. Ja, wir wollen heute weitermachen und wollen die U-Dams weiter nach hinten drängen. Wir haben ja neue Missionen bekommen. Ähm, Hüllenmissionen, für die wir heute mal machen. Ja, wir wollen heute eine Menge schaffen. Ähm, 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 ähm. Haben wir schon Dorfmissionen angenommen? Das ist eine gute Frage. Ja, da. Ja, finde ich, wenn ihr die Vorräte für das Dorf sammeln wollten, sollten. So, hier haben wir noch einen Außenposten, ein Yagi-Leuchtfeuer. Aber ich würde mal sagen, wir gehen hier heute hier hoch und arbeiten hier mal ein bisschen rum. Ähm, ich versuche auch immer diesen unbekannten Ort zu entdecken als allererstes. Das heißt, ich mache hier mal so und mache heute eine Schnellreise. So. Dann wollen wir mal. Und direkt ein Venya-Ereignis ist ja ganz toll. So, wenn man auch mal direkt wach. So, haben wir den direkt geschafft. Direkt mal wach werden. Hallo, Halli, Hallöchen. Haben wir gerne gemacht. So. Ja, hier, bitteschön. Du blutest ein bisschen. Muss nicht sein. Ja, Rotschi, ne? Heute machen wir ganz viel, ne, Rotschi? Heute machen wir ganz, ganz viel. So, jetzt haben wir schon 70 Leute in unserem Dorf. Wird ja immer schön. Immer mehr. So. Ich will jetzt endlich diesen scheiß unbekannten Ort entdecken. Nee, wollte ich die ganze Zeit schon entdecken, aber ging irgendwie nie gut. Jo, 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 hier, hier, hier. Ach, Hallöchen. Hallöchen. Ja, dann mach du den platt. Ich nehme mir den vor. Oh, Gott. Ich will jetzt erstmal fett heilen. Hier. Boah, das waren jetzt aber echt ne Menge. Ja, du bist gut. Egal, komm, wir gehen weiter. Haben wir ja nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, der steht hier noch so gerade. So. Hartholz. So. Dum, 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 dum. Irgendwie muss er doch da hochgehen, ne? Das war mal kurz so Fraps einbruch. Oder wir machen das anders. Wenn ihr guckt. Wir laufen einfach mal den Weg andersrum. Ups. Dann kommen wir schon da hin. Dum, 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 dum. Hä? Hm. So, das kann man immer gebrauchen. Holz hab ich noch genug. Dum, 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 dum. Oh, schon wieder. Oh, fucken wir. Okay. Ich glaube, wir laufen erst mal vorbei. Wir kriegen sie ja mittlerweile getötet, aber... Ich will erst mal vorbei rennen. Ich fühl mich gerade noch nicht motiviert genug. Also... Ich hätte die Fresse halten sollen. Autsch. Scheiße, Orochi ist tot. Fuck. Oh, ich... Ich hab zu tun. Scheiße, ich komm zu nichts mehr. Da muss ich gleich halt noch ein Rotblatt verschwenden. Oh, ihr geht mir jetzt schon noch einen Zeiger. Guck mal, die feige Sau an. Ah, Orochi wird leider erst mal da hinscheiden. So. Jetzt hab ich übrigens wieder einen Grundrotblatt zu sammeln. Achso. Oh, Halleluja. Ich hasse Beeren. Ich hasse Beeren. So, wir sind jetzt gleich da. Hier mal Wasser. Ich hab noch voll einige Shepard gekriegt. Wow. Den Hirschchen hab ich auch mal direkt gekillt. Und sind Level aufgestiegen. Oh, so gut ist das. So, jetzt sind wir aber gleich da. Scheiß unbekannter Ort. Ich hab die Max gar grobe gefunden. Ich will doch mal schauen, was hier ist. Oh, ein paar Hirsche. Die nehmen wir natürlich sofort mit. Wir haben noch einen gekillt. Wir haben noch einen gekillt. Ist ja toll, da kommen wir nicht hoch, ne? Doch. Mucke, musst du einfach nur mal richtig hingucken. Ah, 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 ah. Ich bin, eben auch mal richtig. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Hm, haben wir hier unten irgendwas? Ich gucke mich gerade mal um. Ja, ja, holl Luft. Okay, also hier sieht es aus, als wäre hier gar nichts. Aber egal, gefunden ist gefunden. Und dann gehen wir in die nächste Höhle. Ich kann schwimmen, ich kann schwimmen, ich kann schweben, schweben, schweben. Ich kann schwimmen. Okay. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Da. Ich will hier nämlich wieder raus. Ähm. Ähm. Weißt du was? Ich kann auch anders. Wenn die Scholli hier rauskommen. So, kommen wir halt so da raus. Mal wieder ein Venier-Ereignis, was auf uns wartet. Also, wir machen heute mehr Venier-Ereignis, als irgendwelche Missionen, je? Aber egal, dass... Venier-Ereignis-Blut hat, schüttet den Anführer der Angreifer. Kein Problem. Daaaammn. Daaaammn. Daaah! 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 Oh, fuck, der ist tot. Okay, Blatt, das ist ein nächstes Ereignis. Da wollen wir auch direkt hin. Erstmal heilen. So. Hallo. Beschütze die Venja. Kein Problem. Als wären wir hier schon mal gewesen, hab ich das Gefühl. Ey. Komm hier, schnell essen. Komm, komm hier. Aber dann muss ich schon direkt wieder zurück machen, mein Freund. Zurück, zurück, zurück. Komm noch mehr. Komm. Oh, fuck. Oh, geschafft. Oh, geschafft. Erfahrung bekommen. Sehr, sehr viel. Und so, das brauchen wir sowieso. Hallo. Jawohl, Barmher. Oh. 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 es ist wieder nacht so wir gehen immer aber so richtig nacht ist das noch nicht ne hier geht mir auch ein Sender hier geht mir so richtig auf den ihr seid so feige egal soll uns egal sein Viecher machen wir mit Leichtigkeit platt boah ihr seid so feige und ihr seid Wölfe ihr seid gar nichts nur Seder sollen wir auch mal mitnehmen direkt 5 Stück und selten dann direkt 2 hinterher hier ist keiner hier ist keiner Der ist mal abgehauen. Ah, hier ist wieder ein Nocela. Das sieht man sofort. Müssen wir sofort mitnehmen. Brauchen wir. Aber nochmal selten. Brauchen wir für Upgrades. Dann nehme ich das hier direkt nochmal mit. Dann mache ich die Tasche voll. Das ist eine Pflanzwurzel. Aha. Wie kam ich jetzt da drauf? Keine Ahnung. Stirbt eh. Ach, wollte ich gar nicht. Egal. So, ich gebe nämlich auch Fleisch. Dann haben wir das nämlich wieder drin. Wir müssen zusehen, dass er da hochkommt. Ja, komm. Ah, Nocela. 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 Haben muss. So. Haben wir das auch? Alter. Wie gemein. Aber egal. Aber egal. Wir haben den Weg gefunden. Du verarschst mich doch jetzt. Ah, da. Boah, guck dich mal den Mond an. Und die Sterne. Und wir haben ja jetzt einen Greifhaken. Sieht aus wie Glühwürmchen. So. Jetzt sind wir ja fast da. Wird auch heute eine längere Aufnahmesession. Es ist nicht so, dass jetzt hier nach ein paar Missionen schon wieder durch ist. Hallo? Hallo! Oh, schade. So. So. Oh, schade. Oh, schade. Oh. Ihr Scheißviecher, wisst ihr das? Oh, ein seltener Wolf? Hihihihi So, ich will sie in diese Scheißhöhle rein. Hier ist nochmal Nordseeler. So. Geht doch. Was passiert hier? Trauerwurzelhöhle. So, der ist schonmal weg. Ein Leopard. Haben wir noch gar nicht gesehen. So, mein Holzpfeil. Entkomme aus der Höhle. Ja, wofür bin ich noch reingegangen? Nordseeler direkt wieder mitnehmen. Nordschwarzstein. Auch mitnehmen. Ich grase erstmal alles ab hier. Ja, komm her. Ja, komm her. Tod von oben. Hahaha. Was ist das denn? Ein Nordgeerblatt? Nein, ihr seid ja langweilig. Äh, die Frage ist, war ich da schon? Eine sehr verwirrende Höhle, würde ich mal sagen. Bständ pierwsze dachte ich damals auch irgerируhend. Gib die Frage, nachdem du das Dubaiwasser feststeelli machst. Wie? Did you? Hier machen die Frage. Du sie mir passiert